Hallo Freunde der Gefägtunterhaltung, wir sind zurück bei How to Survive. Das ist eigentlich ne gute Frage, ne? Wie können wir hier wirklich überleben? Ich bin gleich am wegnicken, während wir hier längs laufen, das wird richtig gut. Und, ja, schauen wir mal. Ähm, das wollte ich nicht überleben. How to survive. Ich hab eine neue Waffe. Ja, das ist doch schön. Präzisionsgewehr. Können wir gleich hier längs gehen? Ich muss was trinken. Ja. Hast du Wasserflaschen? Nope. Ja, warte. Ob ich alles in Soda umgewandelt habe. Och, doch nicht so einer. Alles in Soda, kannst du doch Soda trinken, oder? Ja, warte, mach ich jetzt auch. Zeig mich wenigstens noch. Der Bogen darf jetzt wieder mehr Schaden machen. Ja, macht er auch. Der fliegt jetzt aber dafür durch, die Pfeile, die kann ich jetzt nie wieder aufheben. Ja, aber Pfeile sind nicht das Problem. Hier unten längs. Glaube ich. Und ich ziehe jetzt fast instant auf den Kopf. So gut. Meine Pfeile fliegen aber so durch, dass sie jetzt auch da hinten treffen. Oh, das war nicht das Glückse, was ich gemacht habe. Und ich... Müssen wir halt... Doch hier liegt oder Pfeile. Ja, wenn sie gegen die Wand fliegen oder so dann... Ja. Hier ist eine Ausgutplattform. Oh, mal gucken, ob sie noch raus ist. Jeder Gott. Oh, die kommen da hoch. Ja, ich weiß. Tote Katze. Hab sie gefunden. Ja. Aber wir brauchen erstmal einen Ort zum Pennen. Ja, der ist hier nicht. Der ist ja ganz rechts irgendwo. Aber wir können doch jetzt hier erstmal zum Dings gehen. Zum Affen. Zum Affen. Vielleicht haben wir da irgendwas für die. Für den. Nein! 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 Derない 5, wie waren wir? 2 Thief Hier ist aber noch einer, also 3 ja, aber auf jeden Fall noch zwei. Alter. Ja, scheiß drauf. Den Affen, den fand ich sowieso schon immer scheiße. So, da sind wir ja jetzt ja schon fast bei der Oma. Ja, vorne geht mit der Oma. Vor allem ist die Zielgeschwindigkeit richtig geil, weil ich hab's auch geskillt und so. Und jetzt ist es einfach fast immer sofort auf dem Ding so. Amo ist ja vielleicht noch besser. Aber ich hab jetzt einen neuen Griff bekommen, vielleicht hab's ja da. Also ich geb dir den Griff dann mal, dann kannst du's nicht mehr. Oh, ich bin rot im Pen, ey. Alter, mach schneller. Alles dort? Du beschimpft uns wieder. This is just the fur of a mutilated cat. You are a real shit of a human being. Willst du uns verarschen, die Oma? No battery for you. Wie soll ich denn hier eben ne Katze hernehmen? Bring me back my Enzo. That cat means the world to me. Ich will nicht mehr über deine Batterie denken, bis er zurück ist. Das ist ein Scherz. Auszustopfen. Mit was? Keine Ahnung. Ich hab sie auch nicht, die Leiche. Doch da. Mit Federn. Ich hab sie mit Federn vollgestopft. Gut. Zum Glück haben wir die ganzen Dings gemacht, ey, die Vögel. Oh. Oh. Where on earth have you been? My word. You stink. Poor little Enzo. Jetzt haben wir die Batterie. Jetzt geht's noch zum Ort zum Pen und dann gehen wir wieder zurück. Good cat. Ja. Sollten wir uns jetzt auch beeilen, weil hier rechts ist es ja direkt. Oh. 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 Das ist kackig, wenn wir hier stehen rein. Ok. Ok. jetzt müssen wir das hier nur aber eigentlich so ein so ein helm würdest du da mit so ein gewehr drauf schießen genau mit schrauben so ein mist so diesmal warte mal erstmal noch mal heilen ist noch was zum heilen ja ja ich hab ganz viel essen eben du musst das essen bekommen ich hab nicht voll aber immerhin da kommt was 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 ich hab mir nochmal wegkicken lassen das ganze noch ein langes Rohr ich brauche jetzt kein langes Rohr ich brauche jetzt hier ein Nickerchen ne das wird ein langes Nickerchen ich hatte null prozent so es ist mitten in der nacht man kann mal wieder aufstehen aber warte mal lass mal das Buch hier mitnehmen was sagt das stärker dran schön das lange Rohr will ich nicht wie viel hier speichern so ähm das lange Rohr nehme ich mit das speichert natürlich auch gib mir mal nochmal den Bogen ich versuche nochmal was warte ich muss mir gerade kurz Pfeiler machen so so hab ich sie gegeben ausrüsten ne so viel mit das geht auch nicht wieso kann ich den nicht mit hier weißt du ihn ausrüsten vielleicht braucht der ein kurzes Rohr ich wollte es ja nicht mit einem langen Rohr ausrüsten sondern mit diesem Griff hab Hundengriff damit es halt ne Armbrust wird ich glaube nicht dass so ne Armbrust gebaut wird ich konnte es trotzdem nicht sehen aber stand aber so ne stand aber so ne Bauernleitung ja sicher dass es aber so ein Dings war ja Überlebenshandbuch Chorusregeln Waffen Holz und ne Armbrust ja Holz und ne Armbrust was ne Holz und ne Armbrust Brust und Bogen Holzbogen mit Seilrolle und dann noch den ja Holzbogen das ist ja aber ein Carbonbogen ja aber wo ist der Unterschied den Carbonbogen hab ich ja auch so gebaut mit Seilrolle einfach nur so ohne dass ich Rezept hab ja warte mal hast du noch wieso geht denn das nicht ich hab doch hier ein kurzes Rohr und ne Brille ah die kann ich auch nicht zusammenfügen ich hab hier gerade ich hab hier gerade Pilze zusammen mit auf meine auf unsere Dings gemacht das macht jetzt aber irgendwie wenige eigentlich müsste ich ein kurzes Rohr und Brille zusammenfügen können vor so hier Zielfernrohr geht aber nicht kann ich auch nicht hm hm das ist auch nichts kann ich ja nicht sagen gut ja irgendwann irgendwie funktioniert ja manches nicht wie kommt man denn in diese Dings rein? äh er ist hier drücken und hat über dem Handbuch ja da Kettensäge, Molotov nur für du bist Jack ne? nein ich bin Jack ja aber wieso kann ich denn das nicht bauen? warte ich versuch ich versuch dir das mal zu geben vielleicht kannst du das ja bauen ich hab kein Platz da macht Platz ich bin gerade im Handbuch what the fuck man aber da macht dann Platz ja was denn? ja jetzt hab ich zwei Platz no no Moment vielleicht kannst du ja deine Abos bauen musst du das einfach nur versuchen ja das ging krass hast du es in der Armbrust? und fertige Carbon-Armbrust weil ich keinen Werkzeugkasten hab würd mich auch geben dann soll ich den Armbrust dann soll ich den Armbrust das ging aber das andere Ding ging nicht komisch da sind wir ja jetzt können wir einfach hier nach unten nach rechts ja ich bin fast jetzt in der Armbrust ich bin fast jetzt in der Armbrust die vielleicht noch stärker ist ja mal gucken vor allem Carbon-Armbrust Alter einer der besten Bild aber ich kann kein Zielfernrohr bauen obwohl ich die Materialien habe irgendwie komisch dann mit sowas wir brauchen mögliche noch nicht in dem aus Aus in uns das ist wirklich komisch eigentlich ging es jetzt ja mal alles zu bauen ich bin dran nur für Jack aber nicht der Gründe müsste es eigentlich gehen ich würde nur so eine rote Pflanze versuchen ich nehme die mal mit aber keine Ahnung Pilze konnte ich jetzt mit dem Essen zusammen machen halt aber dann heilt das nicht mehr dann macht es die selbe Anzahl an Hunger aber heilt nicht mehr und sich glücklich bei der Klappe so fahrt und auch ich fliegt wieder ich muss auf dem Steg landen Achtung Achtung kein Problem rückwärts eingeparkt ja hier unten ist doch das Boot gewesen oder? Ja. Ab geht's. Wir sind schon ziemlich fähig. Wir geben uns so eine Oma einfach eine ausgeschöpfte Katze. Ja, sie hat uns als Arschloch bezeichnet. Also zeigen wir mal, was wir für richtige Arschlöcher sind. Ja, was wollte der Affe von uns? Keine Ahnung. Gekochten Fisch. Mit Wurzeln. Ja, aber pass mal auf. Ich kann jetzt hier so machen, glaube ich. Dann kann ich hier jetzt benutzen. Ich habe einen frischen Sumpfisch. Inventar ist aber voll. Ich lasse mal kurz leere Flaschen fallen. So, nehme ich den Fisch. Ja. Ich habe keine Wurzeln. Hast du Wurzeln? Ja, habe ich. Warte, ich lasse kurz was fallen. Lass mich mal das hier fallen. Okay. Ja, geht nicht. Diese Wurzeln funktionieren nicht. Aber proportionell auch nicht. Ja, okay. Ich habe auch nicht. Ja, gut, dann. So will der das Ding nicht, ne? Ne. Ja, dann schmeiße ich den wieder weg. Ich könnte ihn natürlich auch essen selber, aber... Ne, wir haben noch so viel Fleisch. Gehen wir mal zum Dude hier. Jo. Gehen wir zu das. Oh, warum sind jeden zwei Tote? Keine Ahnung. Ha, ha. Well done, Amigo. Amigo. Perfekt. Ja, wollen wir. Das wäre wünschenswert. Der ist tot. So, ich kenne einen Kovec. Der kann ein bisschen aufsiegen. Mhm. Glückwunsch. Ihr bleibt für mal hier. Aha. 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 Okay. Alles klar. So müssen wir hier runter zum Schiff, ne? Ja. Aber warum ist der Kovex nicht mehr oben, wenn man ihn braucht? Mhm. Go. Ab geht's. Wir suchen wir Kovex. Kovex, holst's. Ja. 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 So weiter oben. Irgendwann links. Go. Laufen, laufen, laufen. Laufen, 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 laufen. Ey. Also Damage machen die Waffen gut. Ja. Endlich mal. Obwohl der Boomerang war auch gut. Ja, aber die hier sind besser. Von Damage her. Ja. Nur das mit den Pfeilen so ein bisschen blöd ist. So viel Holz habe ich hier nicht tatsächlich gar nicht. Hat nämlich gar keiner. Um neue Pfeile herzustellen. So. 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 Aber heute sieht der meist rum. Also ich bin mir super, nun können ... das bị sie 으h. Das wie crisis, doe auf. Ja. love schon mal gucken, woran. Moment geht's. Ob ich nochmal... Oh, ich habe ein Gewerbe. Ich nicht. Covax. Ruled. und erreichend aber wenn die da Kohlweil dann kommen wir zu schon auf jeder Insel so Kohlbergs nur alter hat er wohl so gut und muss auch nur für vielleicht irgendwas zu füchern gelbe Glitzerpflanze haben wir nicht ne gelb hab ich nicht ah nö vielleicht hab ich noch was für dich für mich? ein Pfeil oh ja wenn den Pfeil nicht ehrt, der ist den Köcher nicht wert hey was ist los mit dem Chemie Dünger sprech ich mal mit dir mein fremd doch doch eigentlich schon korrekt du willst doch nicht ewig hier bleiben, oder? ich bin sehr beschäftigt mein Fertilizer-Silo braucht nachdenken du brauchst einen Piloten? was für? ich bin sicher, dass mein Geist du dich jetzt überleben wo du denkst, du gehst? wie wirst du wissen, dass der Rest der Welt sicher ist? das macht keinen Unterschied ich bin kein Piloten ich kann dich hier sicher machen schau mal was ich gemacht mal wieder mein Ingenieur hat mich beeinflusst Explosive Charges wie großartig du bist das ist nicht die beste Idee aber nur einmal ich wünsche dir das gesehen ich habe Zombies in Millionen von Pfeifen von Götchen und Böden das Skye war voll von blöde röde Butterflies beautiful beautiful ich habe es perfekt so, du kannst es versuchen zu nehmen zu nehmen mit Gas und ein Stück von Fabrik was du bekommst? Ha! Molotow Cocktail! natürlich 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 ein Fertilizer und voilà du bekommst ein Explosive ist das fantastisch? gehst du hin versuchst dein eigenes ja jetzt sind wir wieder hier bei ihnen trainieren ja ich habe leere Flaschen die ich dir geben kann ich habe Dünger ja ich gebe es dir das ist auch Stoff ja aber Benzin habe ich nicht Benzin habe ich auch nicht dann muss man hochgehen zu ihm jo wahrscheinlich liegt da oben sowieso alles aber egal nein wir brauchen ja auch ich kann ja auch ein paar unsere Sachen annehmen ah das hatten wir schon gehabt also gekochtes Fleisch hatten wir doch auch schon hatte ich noch nichts? ja ich versuche nochmal hier das Tiefenwald zu stellen nein ich muss irgendwo Benzin sein oder sonst mal ein Problem aber das auch die Kettenlege noch du kannst dich noch du kannst dich noch oben komm hoch sonst hättest du auch die Dings aus auseinanderbauen können ich muss Benzin hm vollgetankt einmal vollgetankt einmal so jetzt ein Stück Stoff dazu na zusammenfügen mit dem ach komm wir mal direkt für ein Stück weil wir es können wir wollen uns einfach knallen sehen ich erst mal was oh ich kann nur drei machen so kann ich dir irgendwas geben denn der? ähm ne sieht schlecht aus das ist das ja nochmal gefallen das ist das ja nochmal gefallen so habe ich hier so ich warte mal kurz ich muss auch mal kurz hier ähm ich muss mal kurz was fallen lassen ja dann kannst du die ganzen Mistfahren wenn man sie eh nicht mehr braucht ach komm egal ach komm egal aber eigentlich aber eigentlich sehen wir die Explosion erst beim nächsten Mal ok also bis dahin tschau und tschau